Hi Leute und willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, das Foto will ich weg haben. Wir müssen Kates Buch finden jetzt. Ich muss die Nachricht noch irgendwann... Oh, ist das Buch hier? Ja, so wie du suchst, kannst du ja nichts finden. Ach da. Ja. So. Dann stellen wir zuerst das Glas weg. So, eigentlich kann sie sie jetzt immer noch umwerfen, aber ist egal. Was ist das für ein Wimpel? Thunderbirds. Ähm, ich will mich jetzt anziehen. Ja, aber es ist schon schlimm daran an Jeans und T-Shirt. Gar nichts. Wo ist das? Halt deine große Klappe, ich mach dich platt. Ich weiß wo du schläfst. Hey Mama. Hey Liebling, ich hoffe du lässt deine Pflanze nicht verdursten. Aber er trinkt sie ja auch nicht, Mama. Okay. Ja. Ja. Dieser Nathan ist echt ein kranker Typ. Äh. Kate, soll ich das Licht anmachen? Was zum... Oh ja. Er hat sie da. Kate ist all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ruf uns an. Kate entwarten dich aber einen verstörenden Anruf und Direktor werden bezüglich eines Party-Videos von dir erhalten. Unsere Bedenken dich nach Blackwell zu schicken scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Ach, super. Oh, das klingt gar nicht gut. Die Bibel. Kate macht sogar Noten in ihrer Bibel. Meine Eltern haben mich niemals auf die Kirche genommen. Ich hatte nichts gegen die Rebellen. Ich weiß nicht, was jetzt zu glauben. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sprüche 21, 15. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was gerecht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Okay, will sie sich rächen oder wie? Nicht die Bibel. Ja, das hast du schon gesagt. Ich möchte das Foto ansehen. Ja, schon. Wahrscheinlich, ja. Sieht da. Sieht da. Auch. Sie left out Hamnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt dieses Videos vorbereiten können. Für die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Hallenfeuer beten, Tante Marsh. Gott. Hey, ein Häschen. Hallo, Hase. Süß. Ich mag Häschen. Die sind ziemlich süß. Einen kleinen Käfig, aber es ist schon süß. Jaja. Ich wollte das Jesus-Foto anschauen. Hey, I'm trying to use my powers for good. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Auf dem Bauch schon. Was ist da? Kate really has a doting father. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes 1 5 Katey, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmung und Küsse. Papa. Was denn lieber Papa? Hey Kate. Ähm. Wie heißt du diese Idioten? Was denn mit ihnen gefeiert? Was denn mit ihnen gefeiert? Was denn mit ihnen gefeiert? Sie sind total paranoidass. Sie denken, dass ich Teil des Vortex-Klubs. Ja, genau. Ja, genau. Was denn mit ihnen gefeiert? Ich bin mit ihnen gefeiert. Ich bin zu ein Vortex-Klubs-Party gegen die Beine Bühne gegenüber meiner Beine. Nicht mein Szenen überhaupt. Ich bin nicht meiner Szenen überhaupt. Du kennst, wie dummierend du das ist für mich? Ich weiß, dass das zuverschlebt wird. Ich weiß, das klingt, Kate. Drogen Äh, klingt nicht nach dir Das ist nicht genau umgetrunken Nathan Nathan Prescott Oh shit He was being nice for a change when he offered to help me He's the opposite of nice What next? All I recall is driving for a long time And I woke up in a room I thought it was a hospital because it was so white and bright Go on I'm listening Somebody was talking to me in a soft voice I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck And 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 That's all I remember I don't know what happened That sounds pretty sick And 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 I didn't have any marks or bruises But I felt gross So Who took the video of you at the party I have no idea Probably Victoria She was there being her mean self She was there being her mean self Jesus Kate I'm sorry This is serious shit How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading What if my church sees that? I need to know what to do Kate We'll figure it out Okay I'll check back later okay Thanks Max You can put my book here near my bag Okay Okay caiese This is intense If Kate was an Out of it and is actually telling the truth It's really really sick It's probably Wahrscheinlich Ja, das ist tragisch Ja Ja Warum fragst du mich das? Ich werde zuerst sagen, geht zur Polizei? Weil ich denn dir eher zu den Beweisen, dann werde ich zurückspulen Ein Backup-witness? Ich glaube, wir sind alles, aber wir sind einfach nur Sproiled-Punk-students, die Cops und Faculty Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig hier Warum? Vor allem? Nichts. Except die Prescotts sind eine powerful Familie Ich hoffe, dass das nicht auf uns wird, das ist Even though das riche Bastard hat gewonnen hat, dass er ein sehr bader Karma ein Okay, das will ich nicht ich werde ihr sagen, sie soll äh noch nach beweisen suchen. Weil das bringt ja jetzt eigentlich nichts zur Polizei zu gehen. Dann müssen wir das Buch wieder versorgen. Hier. Such nach beweisen. Ja, ohne Beweise wird das ziemlich schwer. Und das ist nicht so gut. Aber es ist das Richtige wie ich finde. Ich weiß nicht wer ihr das sieht. Ja. Da bin ich der Meinung. Wir können jetzt noch nicht sagen. Was da genau war. Chloe? Max? Essen. Two whales. Set dich da. Bin ich dir beim texten kein Finger. Hurra auf Frühstück. Keine Emojis! Es ist der 8. Oktober. Morgen hab ich Geburtstag. Wuhu! Sie ist wirklich eifersüchtig. Warum auch immer. Ich habe ihr ja nichts getan. Es scheint Wochenende zu sein, dass sie keine Schule hat. Hey, da ist der Typ. Hallo Vogel. Hey Samuel. Was sagst du zum Schnee? Mhm. Das ist wahrscheinlich noch niemand. Das sind schöne Vögel. Wie so ein Reh. Das klingt ziemlich interessant Samuel. Ich nehme das... Es würde mich jetzt schon Wunder nehmen. Essensreste. Benutzen? Ein bisschen weggehen. Kommt es vielleicht? Komm schon. Wartest du, Kleines? Muss noch mehr weggehen? Ja, es kommt. Vorsichtig sein. Wir machen ein Foto. Das sieht süß aus. Ja, es ist schon schön gemacht. Hallo Eichhörnchen. Da haben wir ein Eichhörnchen-Foto. Okay, da hab ich ein paar Fotos vergessen. Egal. Ich bin ja nicht hier um alles. Nein. Kann das nicht. Hey, das ist noch hier. Ach, das ist Victorias blöde. Beste Freundin. Hi Taylor. Blöd. Das ist noch ein paar Fotos. Ich versuche jetzt zu dir bei dir zu reden. Das ist schon alles los. Dann muss ich von ihm zu reden. Ich versuche jetzt in euch zu reden. Oh, so blöde Pitch Ich könnte zurückspulen, aber... Das ist interessant. Ihre Mutter ist offenbar krank. Dies ist nächstes Vaters. Diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin in Blackwells, die dir es versucht, aber hoffentlich die letzte. Du hast dich als letzte höfliche Warnung. Was zur Hölle? Okay. Hey Warren. Nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Danke. So ein Swiss von dir. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. You're a bit awful. You're a real everyday hero. You stood up to a bully. And it was awesome. You left me with said bully and ran off with that girl. She's pretty punk rock. How do you know her? Chloe? With mom, can we be honest with you? I think they are. I think we are real. Ich sage die Wahrheit Ich nicht, ich habe noch nie an Planet der Affenfilme gesehen Oh, dann wird Brooke schon wieder sauer auf uns sein Okay, nehmen wir den Bus Ja, es ist schon ziemlich seltsam, was die miteinander im Hut haben Aber wir werden es bestimmt noch erfahren Ach, das ist schon der Bus. Kommt wie gerufen Jetzt bist du hier ein komischer Typ mit einer scheiß Frisur Toilettenbürste auf dem Kopf oder was? Musik an, Welt aus und losfahren Ist das Restaurant so weit weg? Naja, kann schon sein Das Wetter sieht nicht gut aus Es ist ziemlich düster Kann ich mich umsehen? Nein, ich kann gar nichts tun Ich kann einfach in den Himmel starren Und sehen, wie die Autos vorbeiziehen Und alles Tankstelle Donuts Hello, how do you do? Okay Sind der jetzt schon in der Stadt oder wie? Ein riesen Bus für fünf Personen Naja Egal Aber wenn der nur von der Schule ist Warum saßen dann schon zuvor Typen drin? Hm Egal Muss ich ja nicht verstehen Ist überhaupt kein Gegenverkehr Ach doch Da ist der Leuchtturm Das sieht düster aus Aber es regnet nicht Sieht eigentlich so aus, als würde es regnen Oh, das kommt noch Das kann auch sein Gut Sind wir da? Schöne V-Formation, ihr Vögel Naja, nicht ganz so schön Das könnt ihr bestimmt noch besser Da ist ein Wal Ich nehme an, da bin ich richtig Ja, der Bus hält für mich Gut Toilettenbürste sitzt noch da Ciao Toilettenbürste Ciao Fahrer Wir sehen uns Tu weil ich deine Okay, aber ich würde sagen Essen gehen wir beim nächsten Mal Also bis dann Leute Tschüss